so haute leute noch ist die laune gut gucken was heute geht im 3er wie bürs der sieht aber nicht aus wie bruce willis da haben sie nicht die haben sie nicht die lizenzen bekommen wahrscheinlich die echten für den gut ab ins prüsen die waffen nicht genommen das finde ich schon wieder diese aug ist eine rotz waffe also vor allen dingen mit diesem visier so ein dreck ist das dachte auch meine maids sind oben mit mir die waren ja überhaupt ja nicht oben sind sie denn da sind sie ja dann gehen wir in die zwischenetage erstmal mal zu so na gut und mal gucken so die müssen eigentlich schön schaden nehmen da jetzt ein k.o. sogar so scheiße hier kommt man jetzt nicht durch so wie lang ist denn dieses gas jetzt hier noch müsste das nicht langsamer verschwinden jetzt hier ich habe ja auch keine platten mehr ich bin der one shot gleich der fein springt über dem gebiet ab auf den himmel ab hat die platten hier auch eine wenigstens mal 24 schuss da liegt meine leiche noch wenn wir nicht mal zum shop gehen loadout holen da ist knete knete monete hochgebrochen ist natürlich vor mir am seidel na nun komm geh doch hoch jetzt mal meine güte die hat aber genau auf die kante geworfen auch nicht schlecht an ppsh nehmen wir mal mit ich muss nochmal an an shop ran platten holen bin hier so one shot gleich kurz hier warten wo sind sie denn eigentlich hinten schießen sie der kommt mit dem auto zurück der will bestimmt zum shop fahren k.o. die sau nicht bestätigt der hat so jetzt die 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 Scheiße, oben liegt er, oben liegt er. Gehen wir unten rein. Oh, behind the door! Ja, richtig behind the drawer. Alter Schwede. Das lief ganz gut auf jeden Fall. Oh, eine Gasmaske. Perfekt. Tja, was wollen wir mal machen? Lass uns mal wieder versuchen, aufs Dach zu gehen, oder? Der Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Gott, mein Elm, was war denn da los? Mann, ey, ich wollte mir doch nur Platten geben in Ruhe! Scheiße, Mann. Hol' ihn dir, hol' ihn dir! Okay, Mann, der muss auf jeden Fall wieder hier runter. Da liegt mein Zeug rum. Wollen wir mal gucken. Ähm, ja, da unten. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Super. Jetzt hab ich überhaupt keine Muni mehr. Ich brauch die Waffen da unten, ey, von dem Typen. Kann nicht wahr sein! Kann nicht wahr sein. Genau an der selben Stelle wie vorhin. Mann, warum denn? Scheiße, ihr packt das. Ihr habt ne gute Pose hier. Ah, genau, da unten irgendwo. Ist hier nicht grad einer gelandet? Ja. Ich weiß nicht, ich würde, würde am liebsten bei meinem Zeug landen. Ich muss das eigentlich noch mal probieren, also nicht bei meinem Zeug, aber... So, wenn es hier... ...dass ich irgendwas mitnehme, was man gebrauchen kann, doch halt... Ach, was mach' ich denn hier? Ach, was mach' ich denn hier? Ich infringiere mich nicht. So... ino... ... ... was habe ich denn jetzt hier aufgenommen grau war es das gut wo sie ist gar nicht so verkehrt jetzt hier oben ich habe von hinten kommt keiner mehr nach da hinten sind sie da war das natürlich den entgegen kommen natürlich nicht so cool man das ist doch scheiße jetzt gewesen schade schade ansonsten eine ganz coole runde gewesen bis aufs ende naja gut danke fürs einschalten auf jeden fall leute lasst gerne ab oder wenn das noch nicht gemacht habe wenn ihr bock habt können wir auch mal eine runde zusammen zocken bis denn auf